Ja, heute war schwierig. Ich liebe Alta Badia. Es sind oft sehr gute Verhältnisse und es gefällt mir immer. Am ersten Lauf bin ich auch sehr gut gefallen. Am zweiten Lauf bin ich nicht in den Rhythmus gekommen. Es hat ziemlich gedreht und sehr langsamer Tempo. Und ja, ich habe mir nicht so gut angepasst leider. Und ja, der 15 ist sehr gut. Ich bin zufrieden, aber ich erwarte viel mehr. Ja, es war eine sehr schwierige Runde. In den letzten Tagen gab es viele Schnee und heiße Temperaturen. Und ja, es war eine schwierige Runde. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Und ich bin in der 3. Position. Ich bin sehr glücklich. Und auch meine Saison, in der Moment ist sehr gut. Ich hoffe, ich werde weitergehen. Und ich hoffe, ich werde auch irgendwann mal gewinnen. Ja, ich fühle mich sehr gut jetzt. Ich bin jetzt wirklich gut. Ich fühle mich sehr gut. Ich fühle mich, ich mache meine technischen Tatsachen. Ich gehe nach Hause und für mich werde ich 5-6 Tage machen. Ich werde einfach nur auf Hause gehen. Ich werde mich bei Hause freuen. Ich werde meine kleine Frau. Und ja, ich werde andere Gedanken in meine head. Und dann wieder zu trainieren, wieder zu arbeiten. Und ja, ich werde bereit für Adelboden. Und dann wieder zu英